Ah, okay. Ein Wärter. Oder ein Bahnschranken... Wie heißen die? Doch Bahnschrankenwärter, oder? Amateur! Hm. Mal sehen, was sie jetzt anstellen. I'm glad I'm American, würde ich sagen. Steht da oben. Was ist denn jetzt los hier? Elende Warterei. Irgendwann muss doch mal was passieren, sonst wird es doch wirklich extrem langweilig. Ja, die halten sich dran. Aber die Schranken gehen irgendwie nicht runter. Ja, die haben echt einen Zug gestoppt, um den dann da fahren zu lassen. Was machen die denn da hinten im Auto? Die Schranken gehen immer noch nicht runter. Der gibt jetzt richtig Gas. Das war ja wirklich professionell. Das war echt professionell, Leute. Erledigen Sie Sergio Morello. Ja, das war ja. Oh ja, und wie? Schlaukop. Ah, so garantiert nicht. Ich hab mich schon überlegt, warum es hier durch die Gegend zoppelt. Okay. Wie kann ich die denn aufhalten, ist dann erstmal meine Frage. Ja? Ja. Ich meine... Warte, der Wagen kräumt doch, oder? Sagt das nur so aus? Ich glaub, das sah nur so aus. Oder? Sekunde, da muss ich grad nochmal noch hingucken. Natürlich mit meinen blöden Verhaftungen da. Ja. So. Irgendwas stimmt doch hier jetzt nicht. Hab ich nicht. Ah. Ich hab eine Waffe dabei. Okay. Die fahren geradeaus. Ja. Und das ist das Problem, wenn man eine Waffe raushält. Okay. Die fahren geradeaus. Ah. Ach Gott. Jetzt hab ich mein Auto fast platt gemacht. Alle Polizisten wurden alarmiert. Wie klasse. Das heißt, jetzt muss ich nicht mal ein Typ verfolgen. Sondern muss auch zusehen, dass ich den Kopf nicht in die Arme wende. Ja. Er ist entkommen. Neuer Versuch. Sehr schön. Nicht schön. Das kennen wir ja schon. Okay. Keine falsche Bewegung. Okay. Okay. Hm. Ob ich den überhaupt getroffen hab. Hm. So. Hm. Mal sehen, ob ich den irgendwie stoppen kann. Natürlich muss ich den irgendwie rechts von mir halten. Wenn das funktioniert. Das ist natürlich jetzt echt genial gewesen. So. Wie wär's, wenn wir jetzt mal Gas gibt, du blöder Wagen. So. Zumindest mal. Hoppla. Ein Schritt schneller. Hopp. 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 Ja. Da unten haben wir den Wagen ja wieder. Ja. Alles klar. Jetzt schießen wir auch nicht. So. Okay. Mal sehen, ob wir ihn kriegen. Irgendwann mal. Ich hoffe es zumindest mal. Ah. Verdammt. Hm. Ich darf jetzt auf keinen Fall entkommen. Eieiei. Wo. Ok. Das ist natürlich jetzt echt blööd. So. Die Frage ist jetzt, wie oft muss man bei einem Wagen aufs Heck schießen, damit das Ding kaputt geht? Hm. Ach, na also. Ich habe auch die Möglichkeit, den irgendwann mal so zu stoppen. Hm. Hey! Was glotzt du so? Leg den Typen hinter mir um! Okay. Das ist jetzt natürlich blöd. Okay, komm da raus, du Bastard! Okay, den hätte ich schon mal. Nein, da habe ich in den Krieger geschossen. So, das war's auch mit dem. Mit dem war's das dann auch. Und das war's auch mit meiner letzten Munition. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Schade. Ah, ein Trampfen, ein Coil, nichts gefunden. Ah, ein Coil Detected Special noch was. Ja, das war's auch mit dem. Gut. Gut. Dann habe ich wohl etwas mehr Munition. 8. 10.